Neues Jahr, neue Traumtore. Das sind die Besten aus dem Januar 2020. Die 1. Ab in die Halle geht's mit diesem akrobatischen Abstauber von Beleri Möstei vom Niendorfer TSV aus Hamburg. Haltungsnote 1. 2. Wir bleiben in der Hansestadt. Hier zaubert der Nachwuchs beim U17-Bundesliga-Testspiel zwischen dem VfL Bochum und dem Hamburger SV in Person von Erik Peters. Einfach ein richtig geiler Distanzschuss. 3. Technisch hochwertig wird es auch bei Fortuna Köln. Roman Prokop zaubert den unnachahmlich rein. Dass er das kann, hat er schon fünfmal in der diesjährigen Saison in der Regionalliga West gezeigt. 4. Tor 4. Zachary Odoru Bonzu von Bergisch Gladbach 09 erwischt im Testspiel gegen den SC Westfalia Herne ein mehr als goldenen Moment bei dieser unglaublichen Direktabnahme. 5. Wir bleiben im Pott. Hier trifft Felix Schlüsselburg von Dortmunds U19 beim 6 zu 0 Testspiel Kantersieg gegen den Revierrivalen VfL Bochum. Und jetzt seid ihr dran. Stimmt ab für euren Favoriten. VerspSave. Letztieride VfL Bochum. E. Spaß ізniere. Vielen Dank.